hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren folge korban actions auf der unterquart ich habe jetzt vor noch ein paar lampen aufzusetzen hier bei uns im turm moment hier könnten wir zum beispiel eine reinsetzen erstmal hier im erdgeschoss genau und zwar hier diese aus metall habe ich schon alles material dabei wenn man pro stockwerk eine lampe aufsetzen mal warte mal die sitzt zu weit oben ja die sitzt gut dann könnten wir hier eine hinsetzen die ist sehr gut material habe ich schon mitgenommen warte mal ein bisschen weiter runter so dann hier eine na komm dreh dich mal ein bisschen schneller hier so und hier was es gibt ein cap okay ja das ist ja blöd kann ich mehr als 60 lampen aufsetzen moment dann würde ich sagen dann setzen wir mal die okay hier werden wir durch rennen okay dann werden wir weiter oben eine bauen dann haben wir hier eine hier passt hier die kann auch weg hier die wir nicht schlecht okay dann nehmen wir die von hier nochmal raus oder moment hier haben wir keine hier haben wir eine die nehmen wir wieder weg hier haben wir eine hier haben wir eine hier haben wir eine und okay dann setzen wir die nochmal woanders hin aber wo moment hier ist auch nichts mehr dann müssen wir die woanders hinsetzen wenn man da echten cap hat das ist ja bescheuert okay jetzt haben wir wieder nacht gut wo weißt du was dann bin ich mal so frei und setzt mal bei mir eine lampe rein irgendwo hier genau passt dann hat die auch eine lampe okay gut hat das ist ja sehr bedauerlich okay moment das müssen wir darüber tun okay so dann gehen wir jetzt ein bisschen glühwürmchen sammeln die treppe hier habe ich übrigens nochmal angepasst jetzt kommen wir hier einwandfrei rauf und runter ohne da irgendwo festzustecken so gut dann schauen wir mal was wir hier schönes sammeln kann ich habe übrigens offscreen noch ein bisschen gesammelt ich habe noch eine nachtessenz bekommen und auch ein kaminrotes aber ja ich denke mal das müsste karmesinrot heißen und nicht kaminrot ah ist ja egal ähm auch nochmal so ein düwürmchen bekommen genau also das rentiert sich schon da zu sammeln da könnten wir jetzt einfach darüber gehen ich meine wo wir rumrennen ist eigentlich völlig egal denn glühwürmchen tauchen da auf wie sie lustig sind so zumindest meine sichter dinge kann das natürlich nicht sagen ob es da irgendwas gibt warte mal ah ja schön dann machen wir mal aus hier die lampe schön wie die leuchten naja ich liebe die kürbislampen ich finde die super ist das beste am ganzen update wenn man das jetzt so sagen kann ok gut dann gehen wir mal da rauf und sammeln da noch ein bisschen von dem mondstein vielleicht ist da auch wieder was schönes drin eigentlich wollte ich ja jetzt gar nicht aufnehmen aber ich habe mir gedacht ja lampen hinbauen also die leute stehen doch auf baufolgen und so ein bisschen bauen ist es ja auch so ist hier noch was ne moment da hinten oh aber da werden wir nicht rüber kommen da ist halt leider der fluss im weg da müssen wir hier außen rum und da ist irgendwo eine brücke hier ist aber auch mondstein sehr schön so wo geht es jetzt hier rüber hier ist die brücke ok ja bis wir da jetzt außen rum gelatscht sind dabei ist eh wieder hell ja jetzt ist eh schon diese musik ich weiß nicht genau was sie bedeutet aber das klingt halt schon ja jetzt wird es langsam hell ja können wir mal machen gehen wir mal ach nee das ja hier kommt man ja auch nicht rauf naja gut ist wurscht dann gehen wir hier noch ein bisschen rum und schauen ob wir ein paar Glühwürmchen finden ja aber die sind mehr im unterholz naja gut können wir ja trotzdem mal wo sind wir in die richtung da gehen genau da waren wir ja auch schon länger nicht mehr da ist der mond der mond geht rasch unter so schauen wir einfach mal hier durch die bräerie man sieht monstein hier überhalb der fackel wahnsinn so weit da wäre noch monstein gewesen aber naja schauen wir mal ob ich den noch bekomme nicht lang rumzögern hier aber ich schätze mal der wird dann weg sein wenn wir uns dann dem nähern ah nicht mal ok passt ja dann rennen wir jetzt hier noch ein bisschen auf den feldern rum ah der himmel ist schon schön da ja der mond geht unter äh was ist denn das hier für ein komischer torbogen so jetzt wird es hell hä den kenne ich ja gar nicht da habe ich da noch nie drauf geachtet ja das ist diese alte stadt hier ah dass das ein bogen ist ok da was für ein wetter hier so eine art sandsturm oder warte mal seid ihr jetzt echt alle aggressiv ja ach man warum habt ihr denn das jetzt machen müssen entwickler naja also das hätte jetzt echt nicht sein müssen wirklich Leute wo sind wir denn jetzt hier sind hier unten hm ne da geht es bloß ins Schneegebiet drauf und da habe ich echt keine Lust ne Schneegebiet ist für mich jetzt erstmal gestorben das werde ich nur machen da werde ich jetzt nur noch hingehen wenn irgendwer anders mitkommt das ist ist für mich einfach nur anstrengend und da habe ich überhaupt keinen Spaß drauf also keine Lust drauf und keinen Spaß dran sagen wir es besser so gut dann gehen wir mal wieder zurück zur Basis so was haben wir denn einstecken oh schön eine Spore noch da fehlt mir jetzt nur noch eine ah ne und für die bessere ähm ich hätte gern so ein Ding hier sowas da kaminrote Glühwürmchen aber da braucht es 10 von diesen roten Glühwürmchen oh da braucht es 12 von diesen Sporen oh je also das andere das 1 Stufe drunter das könnte ich fast bauen da fehlt mir jetzt nur noch 1 und Dämmerungsglühwürmchen hätte ich Werkbank Schmiedeamboss mit etwas Licht in Dunkelheit wärme dich gleichzeitig auf ja keine Ahnung ist das quasi dann eine bessere ähm Wärmflasche mit Licht gleichzeitig ich weiß nicht ja egal ich spare mir mal da sowas zusammen aber ich bin mir halt nicht sicher ob ich sowas bauen sollte ja es ist halt diese Wagenbeschreibungen und ich hätte halt echt konkretere Ansagen was das bringt wärme dich ein bisschen auf ja das ist klar und spende ein bisschen Licht aber ja in welchem keine Ahnung in Zahlen hätte ich da halt gerne irgendwas gehabt machen so und so viel Kälteresistenz oder so und leuchten was ist nicht 10 Meter weit oder so also wirklich mal konkrete Ansagen aber ja das ist halt Corbon da wird alles sehr schwammig formuliert gut gut ist einerseits auch cool da man das dann äh besser selber rausfinden kann oder es macht mehr Sinn es selbst rauszufinden aber im Endeffekt ja naja das ist halt Corbon so warte mal den Bauhammer habe ich auch noch einen stecken genau gut aufräumen tue ich jetzt nicht mehr also in der Aufnahme sondern das mache ich jetzt ohne euch das war jetzt wirklich oft genug drin machen wir es halt immer abwechselnd dann ist die Folge halt dann auch wieder ein bisschen kürzer so genau hier haben wir ein bisschen Kram zum rauspacken na hängt da jetzt wieder rum hier so nur jetzt mal die paar Sachen so okay also dann Leute vielen Dank fürs Zuschauen wird hoffen also ich hoffe dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet macht's gut bis zum nächsten Mal ciao und Servus